Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in der Sendereihe Orthomolekularmedizinische Ignoranz in Deutschland. Heute begrüßen wir einen Gast im Studio, Alexa Niedfeld, Heilpraktikerin in freier Praxis am Listerplatz in Hannover. Sie wurde 1971 in Bremerförde geboren und ist seit Februar 2011 in Hannover. Und wie sie eine schwere Krankheit in ihrer Biografie erlebt hat und wie sie dann zum Heilpraktiker wurde, zur Heilpraktikerin, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Frau Niedfeld. Ja, guten Tag, Herr Schendel. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Frau Niedfeld, wir fangen mit Ihrer Schulbildung an. Sie haben irgendwann Hauptschule, Realschule gemacht. Ja, genau. Ich habe Hauptschule gemacht. Ich habe am Anfang ziemlich viele Probleme gehabt in der Schule. Ich habe nicht gerne gelernt. Ich habe nicht gerne mitgemacht. Ich war eigentlich nicht das, was man dumm nennt, aber ich hatte einfach keine Lust zur Schule. Im Laufe meiner Geschichte wird man auch erkennen, woran es lag, bzw. ich weiß es eigentlich erst seit ein paar Jahren, woran es lag. Ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg den Realschuleabschluss gemacht. Dann habe ich eine Kfz-Mechanikerlehre angefangen. Das hat erst mal mit dem, was ich jetzt tue, nichts zu tun. Ich habe dann diese Lehre leider abbrechen müssen, weil der Betrieb in die Pleite ging. Und ja, das war für mich erst mal nicht so schön. Aber andererseits... Wie alt waren Sie da? Hast du ja was für eine Pleite gemacht? Oh, das war ungefähr... Das war 1989. Ja, ich bin 1971 geboren. 1989 war das. Im Jahr der Wende? Das war... Okay. War auch bei Ihnen eine große Wende. Das war bei mir auch eine große Wende. Ja, die richtige Wende, die kam nachher erst noch. Aber mit Hauruck und Ankerwerfen. Also, ja, als ich dann da mir eine neue Lehrstelle suchen sollte, bin ich auf einen Betrieb gestoßen, der zu mir gesagt hat, okay, also Sie scheinen handwerklich begabt zu sein, dann wir brauchen Leute, die Maschinen umbauen. Ich bin dann in die Druckerei gegangen, habe eine ganze Zeit lang Maschinen da umgebaut, habe da letztendlich insgesamt zehn Jahre gearbeitet. Was war das für ein Betrieb? Druckerei? Das war eine große Druckerei. Großdruckerei. Genau, ja. Die haben früher auch die Führerscheine für, soweit ich weiß, ganz Deutschland gedruckt, Fahrzeugscheine und so weiter. In Bremerförde direkt. Bremerförde, wo Sie groß geworden sind. Genau. Da habe ich relativ schnell Arbeit gefunden und auch richtig gutes Geld verdient. Und dann war die Lehre eigentlich für mich irgendwie gegessen, weil ich habe gedacht, das gibst du jetzt nicht mehr her und tauschte das nochmal ein gegen 300 Mark. Damals waren das noch D-Mark. Da hatte ich keine Lust zu und habe gedacht, okay, also ich bleibe jetzt hier. In der Druckerei? In der Druckerei. Genau. Ich habe dann, das war 1990, lernte ich meinen Mann dann kennen da in der Druckerei und meinen zukünftigen Mann lernte ich da kennen. Genau. Ich habe mit ihm zusammen an einer Maschine gearbeitet und habe gedacht zu Anfang, was ist das bloß für ein Idiot? Wie das oft so beginnt, ne? Man denkt, oh Gott, was ist das bloß für ein komischer Typ? Habe mich dann aber in ihn verliebt und das ging relativ schnell, dass wir dann auch zusammenzogen, weil mein Vater damals gerade ein Haus in der Bauphase hatte und wir sind dann da als Mieter eingezogen. In Bremerförde. In Bremerförde, genau. Das ging relativ schnell. Ja. Und als wir da so vor uns hin lebten in dieser Wohnung. Wir sind jetzt in dem 90er Jahr. Genau. Da sind wir 1990, 91 so um den Dreh. Da hatte ich so gedacht, okay, also jetzt wir planen so langsam Hochzeit, Verlobung, wie das denn so ist. Ich komme aus einem kleinen Dorf, da habe ich dann das kennengelernt, dass man sich verlobt erstmal und dann irgendwann sich verheiratet, Kinder bekommt und so weiter. Dieser übliche Weg. Klassisch. Das Klassiker. Ja, der Klassiker. Einfach, man kannte es ja nicht anders. Und dann bin ich halt in diese Wohnung mit ihm, habe gedacht, so jetzt möchte ich auch gerne noch ein Haustier haben. Das gehört für mich auch dazu. Dann habe ich mir eine Katze aus dem Tierheim geholt. Also Sie sind ein Katzenmensch. Ja, durch und durch. Obwohl ich liebe alle Tiere, davon abgesehen, aber... Aber man kann das am meisten aufteilen, die einen wollen Hunde, die anderen wollen Katzen. Ja, genau. Es gibt ja noch die Wellensittich-Kategorie, aber... Ja, dazwischen gibt es, glaube ich, nichts. Die Goldfische gibt es auch noch. Ja, okay. Ja, gut, das ist nicht so meins. Das ist mir ein bisschen langweilig. Also Katzenliebhaber. Katzenliebhaber, genau. Welche, haben Sie eine bestimmte Vorstellung? Also reinrassig oder mehr die Mischung? Ich bin ins Tierheim gegangen und ich wollte eine Katze haben, die... Ja, nicht unbedingt, aber ich wollte eine Katze haben, die kein Zuhause hat. Okay. Ja, ich wollte nichts, was extra gezüchtet wurde für mich. Und Sie hatten keine Angst, dass so eine Katze ja traumatische Erfahrungen hätte haben können? Nö, die war klein noch. Ja, also die wurde, glaube ich, ausgesetzt, soweit ich das weiß. Ich habe bisher, glaube ich, nur ausgesetzte Katzen gehabt, drei Stück. Ja, naja, wir haben diese Katze mit nach Hause genommen. Und irgendwann stellte ich fest, die hat Flöhe. Das haben Katzen oft. Das haben die oft. Ich kannte es aber nicht. Wir hatten zu Hause auch schon immer Katzen. Und die hatten keine Flöhe, obwohl die immer draußen waren. Die hatten einfach gar keine. Ich weiß nicht, warum. Okay. So, und dann war ich natürlich mit der Situation, jetzt muss man sich natürlich vorstellen... Wie trittst du die Flöhe aus der Katze aus? Ja, ich war 20 Jahre alt. Also ich war jung und dumm. Ja. Bin zum Tierarzt gegangen und habe mir Gift geholt. Gift für die Flöhe? Gift für die Flöhe. So zum Einreiben oder? Ja, das war so ein... Also damals gab es diese Fogger noch nicht, die es heutzutage gibt. Ich musste also die ganze Wohnung aussprühen. Der Tierarzt hat zu mir gesagt, ich dürfte also überhaupt gar keine Ecke vergessen. Das wäre ganz fatal, weil diese Dinger, die kommen dann sofort wieder. Die legen überall Eier hin. Und hat mich damit ganz verrückt gemacht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich hatte ja schon die ganzen Beine kaputt gebissen. Da wusste ja kein Mensch, was es ist. Außer meine Großmutter, die sagte zu mir, ja, das habe ich auch immer, wenn ich oben auf dem Boden rumrenne zwischen dem Stroh und Heu. Okay, ja, das sind die Katzenflöhe. Das sind die Katzenflöhe. Eigentlich bin ich dadurch erst richtig gewagen worden. So, dann habe ich mir dieses Spray geholt. Und dann habe ich festgestellt, naja, die eine Dose, die reicht ja nicht weit. Wenn ich alles aussprühen muss, dann habe ich gleich etwas mehr davon gesprüht. Und habe dann in jede Ecke und überall, wo die Katze gelegen hat, habe ich gesprüht. Schön viel Gift in der Wohnung. Schön viel Gift in der Wohnung. Habe meine Katze eigenartigerweise evakuiert. Und warum auch immer, an mich selber habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe die Katze nach draußen gebracht, damit sie sich nicht vergiftet. Und ich selber habe das fleißig eingeatmet. Jetzt fragen Sie mich nicht, warum ich das getan habe. Das kann ich heute nicht mehr nachdenken. Da muss man nicht erraten. Es gibt für mich da keine logische Erklärung, warum man so etwas macht. Das liegt daran, dass der Arzt Ihnen ja nicht irgendwie einen Hinweis gegeben hat, dass das vielleicht gefährlich sein könnte. Wir haben keine Nebenwirkungshinweise bekommen. Genau, und es stand auch nichts drauf. Es stand nur drauf, man soll Aquarien abdecken und es wäre bienengiftig. Das war alles. Heute weiß ich, das waren Pyretroide. Das ist eine Nachbildung des natürlichen Pyretrums. Wird im Labor hergestellt und ist wesentlich langlebiger und nicht durch Wind und Sonnenlicht zerstörbar, so wie das, was man draußen benutzt. Wie heißt das Pyretrum? Das ist das Natürliche, aus den Chrysanthemenblüten. Aus Chrysanthemenblüten. Und wenn unsere Hörer jetzt wissen wollen, was ist das? Ja, das bekannteste ist, glaube ich, Paral. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr auf diese Dosen geguckt, aber es ist immer noch sehr, sehr viel von diesem Zeug unterwegs. Also es gibt Pyretroide, es gibt Deltamethrin, Permethrin, also alles, was mit Methrin endet, da sollte man hellhörig werden, auf jeden Fall. Aber auch das natürliche Pyretrum. Auch wenn es ein Gift aus den Chrysanthemenblüten ist, wenn es als natürlich angepriesen wird. Also Chrysanthemen auf dem Esstisch ist vielleicht keine gute Idee dann. Ach, ich weiß nicht, ob das jetzt so schlimm ist. Also in kleinen Dosen kann man es noch verfahren. Ja, also ich würde es nur im Haus nicht aussprühen, weil eben nicht berücksichtigt wird, dass da kein Wind und kein Regen und keine Sonne dieses Zeug abbaut, was draußen der Fall ist. Und in der Wohnung tut es das halt nicht. Der Katze ging es gut und Sie haben sich zunehmend vergrübt. Der Katze ging es auch nicht gut. Ah, okay. Ja, ich hatte also tote Spinnen in der Wohnung, die lagen gekrümmt auf dem Teppich. Habe ich mir noch gar nichts bei gedacht. Weil wir hatten auch noch, das muss man noch dazu sagen, wir hatten auch noch einen Wollteppich, den wollte ich damals so gerne haben, so richtig mit Siegel. Und heute weiß ich natürlich, oder auch später bin ich dann gewahr geworden, dass diese, gerade diese Wollsiegel natürlich ein Siegel dafür sind, dass sie eine besondere Ausrüstung haben gegen Mottenfraß. Und das ist natürlich extrem fatal, weil ich hatte es dann eigentlich sowieso schon in der Wohnung, habe es dann auch noch oben drauf gesprüht. Und was man natürlich noch dazu sagen muss, ist, dass ich sowieso von vornherein gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe war, weil ich meine ganze Kindheit und Jugend schon mit Antibiotika verbracht habe. Sie haben Ihre Darmflora schon immer kaputt gehabt. Schon immer kaputt gehabt, genau. Ich habe viel Erkältung gehabt. Ich habe meine ganze Kindheit immer in Cuxhaven verbringen müssen. Meine Eltern sind ständig mit mir hingefahren. Immunsystem nicht vorhanden. Ja, so ziemlich. Okay. Immer erkältet gewesen. Infekte wurden immer mehr. Je mehr Antibiotika ich bekam, desto mehr Infekte bekam ich. Das ging nachher so weit, dass ich also wirklich alle vier bis sechs, acht Wochen irgendwie eine schwere Erkältung hatte. Und das so schlimm. Und Sie hatten noch nie was von Hochdosis Vitamin C gehört? Nein. Ja, klar. Nein, das sagt einem keiner. Nein, Antibiotika rein, aber gut, es ist natürlich schon etliche Jahre her. Muss aber, als ich so auf der Fahrt hierher war, ist mir so eingefallen, im Prinzip hat sich noch nicht so viel getan, ganz ehrlich gesagt. Weil ich arbeite sehr viel mit Patienten und ich bekomme immer wieder mit, dass meine Patienten, die natürlich Ähnliches auch teilweise durchgemacht haben wie ich, auch sich zu Hause hinlegen, weil Notarzt rufen ist nicht. Normalen Arzt anrufen im Notdienst bringt es auch nicht. Meine Patienten, die machen das genauso, wie ich es damals gemacht habe, hinlegen, sich elendig fühlen, Angst zu haben, dass man stirbt und zu wissen, dass niemand einem helfen kann. Weil einem keiner sagt, es geht. Das ist ja relativ leicht. 100 Gramm Vitamin C, auf 24 Stunden sind Sie gesund. Ja, nee, passen Sie auf. Ich meine jetzt grundsätzlich. Da kommen ja noch andere Problematiken dazu, wenn Sie natürlich jeden Monat Antibiotika schlucken. Da kommen andere Problematiken noch zu tragen. Die schlucken Sie ja nicht mehr, wenn Sie Vitamin C nehmen. Das ist ja die Alternative. Okay, das machen wir später. Jetzt sind wir noch bei dem Gift im Wohnzimmer. Okay, Sie sprühen, sprühen, sprühen. Ja, genau. Die Katze hatte Probleme, die Augen verklebten sich. Sie war eigentlich auch nur noch müde, schlapp, kaputt, genau wie ich auch. Wir lagen eigentlich alle nur noch rum, mein Mann auch. Ich hatte Albträume, meinem Kater ging das Fell aus. Ja, mein Mann hat es, glaube ich, am wenigsten erwischt. Der hatte nicht so viele Antibiotika wie Sie. Ja, wobei der Diabetiker ist und auch nicht so gut. Ja, der ist Seite 8. Es hatten die einen Diabetes Typ 1 diagnostiziert, also ganz fit war er auch nicht. Hat er den noch? Aber er hat, ja, ja, Typ 1. Das ist ja ein... Kann man drüber diskutieren, aber machen wir nachher. Gut, da habe ich mit meinem Mann auch schon lange drüber diskutiert. Da habe ich keine Chance. Ich weiß mittlerweile, wie sowas zustande kommt. Man müsste wahrscheinlich 200 Tage juicen und dann Hochdosis D, C, K2, Magnesium, Zink und Multivitaminpräparat von einer hohen Sorte, Rolls-Royce-artig, zu jeder Mahlzeit. Könnt ihr mal gucken. Ja, und ich hätte ja auch immer darauf geschworen, aber das wollte er ja noch nie testen lassen. Ich schwöre immer noch auf eine Zöliakie, auf eine Unentdeckte bei ihm. Ja, okay. Und ich habe einen Mitarbeiter meiner Frau, der sich dieses dicke Buch über Vitamine von uns ausgeliehen hat und der immer noch nicht verstanden hat, dass man da was machen kann. Aber jetzt sind wir zurück bei Ihrem Katzengift. Genau. Okay. Also es fing dann damit an, wie gesagt, dass mein Kater und mein Mann und ich diese Probleme bekamen und ich war auch nur noch müde. Und dazu kamen noch diffuse Ängste, die ich mir nicht erklären konnte. Und ja, so nervliche Beschwerden einfach auch. Auch so depressive Phasen und Traurigkeit und ja, aber diese extreme Müdigkeit. Und je mehr ich mich hingelegt habe, in dieser Wohnung natürlich, weiß man hinterher, desto müder wurde ich. Das Gift hatte richtig gute Karten. Ja, total. Konnte total gut zupacken. Und ja, dann fing es an, dass ich Krämpfe bekam in den Beinen. Die Beine wurden so schwach. Wir hatten dann unsere Verlobung 1993. Da habe ich noch getanzt und alles und so. Aber ich merkte dann schon immer, ich hatte so ein Gefühl, als wenn die Waden geschwollen sind. Irgendwie ging das alles nicht so richtig. Und ich bekam immer öfter Krämpfe, immer öfter Probleme, Nervenschmerzen und solche Dinge. Und verschwommene Sehen, solche Sachen. Ich konnte nicht mehr richtig scharf stellen. Wenn ich irgendwas angucken wollte, dauerte das unheimlich lange, bis die Augen darauf reagierten und so. Naja, und aggressiv war ich teilweise auch. Also das sind so die Sachen, wo ich mich noch ziemlich dran erinnern kann. Also da hatte ich psychische Effekte. Ja. Genau. Und dann war es so, dass wir 1994 haben wir geheiratet. Da habe ich noch einmal ein Gift gesprüht. Da gab es dann schon diese Fogger, ganz tolle Dinger. Da braucht man dann nicht mehr im Raum zu sein, sondern man drückte auf den Knopf. Und dieses Zeug, das schoss durch das ganze Zimmer. Nebel im ganzen Zimmer und man darf wiederkommen, wenn er sich abgesenkt hat. So ist es. Und der Arzt hat dann zu mir gesagt, der Tierarzt, ich sollte dann die Fenster schließen. Und schön die Heizung aufdrehen, damit das auch richtig gut wirkt. Wunderbar. Habe ich auch gemacht. Heute weiß ich, dieses Zeug, das hält sich über Jahrzehnte im Innenraum. In jeder Witze wahrscheinlich. Ja, auch im Putz. Überall. Und der ganze Teppich und alles. Also zur Beruhigung für die Leute, die jetzt zuhören. Diese Wohnung, die ist grundsaniert worden dann. Da ist jetzt, da besteht keine Gefahr mehr für die Nachmieter. Und den Robor runtergehen, um das so rauszukriegen? Ja, da musste, ja, ja. Also das sitzt ja überall drin. Also wir mussten da wirklich einiges sanieren. Und Sie mussten es alleine bezahlen. Der Arzt hat nicht seine Haftpflichtversicherung angerufen. Nein, nein, nein. Aber ich habe ihm keinen Vorwurf gemacht. Ich verstehe mich auch heute noch sehr gut mit ihm. Und wenn ich ihn in der Umarfeuze sehe. Naja, der Arzt hat eine Weiterbildungspflicht von seiner Ärztekammer. Und dazu gehört, dass er sich informiert, welche Nebenwirkungen solche Dinge haben. Und er hat sie nicht gesagt. Ja, das stimmt. Und das tut ihm auch leid. Aber ich bin jetzt nicht... Ingelehrte gewusst, dass es in Haftungspflicht. Ja, gut. Sie sehen das natürlich anders. Ich habe für mich gedacht, er wusste es einfach nicht besser. Aber was ich gut fand, ist, dass er hinterher in seiner Praxis dieses Gift ohne wirklich umfangreiche Aufklärung nicht mehr rausgegeben hat. Was woanders nicht der Fall war. Da stand es überall frei verkäuflich. Bei ihm gab es das wirklich dann nur noch ausdrücklich mit Einweisungen, mit Risikoaufklärungen und so weiter. Sie haben bei einem Arzt Fortbildung getreten. Bei einem Arzt. Ja. Ich hoffe, dass die anderen, die da mit drin sind, das dann irgendwann übernommen haben. Mittlerweile ist er in Rente. Wir verstehen uns gut. Auch immer noch. Aber ihm tut es natürlich bis heute leid, was da passiert ist. Nein, überhaupt nicht. Nein, er hat ja natürlich auch karmisch ihren Lebensweg nur beeinflusst, dass sie heute was anderes machen, als an der Druckereimaschine zu schießen. So ist es. Das ist ja auch was. Genau, das ist es natürlich. Und sie sind nicht verkrüppelt. Ja. Sie laufen munter durch die Gegend. Das stimmt. Wobei man natürlich noch einige Dinge davon behält, weil dieses Zeug, das weiß man natürlich. Ich habe damals engen Kontakt gehabt zum Professor Müller-Monsen. Der lebt jetzt leider nicht mehr. Der hat sich ganz viel mit diesen Lufthansa-Geschichten beschäftigt, wo da auch viel Gift gesprüht wurde. Und der war da ja als Gutachter und so tätig. Zudem habe ich ganz engen Kontakt gehabt damals. Und der hat mich darüber aufgeklärt, über diese Dinge. Und ich habe Studien gesehen darüber, dass diese Gifte auch an Froschnerven ausprobiert wurden. Und die Nerven konnten von diesem Gift nicht mehr komplett gereinigt werden. Das ist leider so. Die sind nervengängig, die sind lipophil, die gehen gerne auf fettige... Denke ich spontan an sehr hochdosiertes Niacin. Haben Sie es mal ausprobiert? Niacin nehme ich. Hochdosiert? Ja. So bis 12 Gramm? Nein, das nicht. Aber das hat einen anderen Grund, warum ich das nicht so hoch nehme. Aber da kommen wir dann noch zu. Sie sind also so gut wie tot? Ziemlich. Wie geht es weiter? Ja, also ich bin dann natürlich auch mal im Notdienst gewesen, weil als ich mal irgendwann abends von einer Spätschicht kam, habe meine Schuhe ausziehen wollen, da hat plötzlich der ganze Körper gesummt von oben bis unten. So ab Hals abwärts ging einfach gar nichts mehr. Es war wie eine riesen Stimmgabel. Es hat gesummt in mir und die ganzen Nerven haben verrückt gespielt. Ich konnte mich so gut wie überhaupt nicht mehr bewegen. Dann habe ich versucht, mir die Beine noch mit irgendwas einzureiben und da wurde es noch schlimmer. Ich habe dann versucht, dieses Zeug wieder runter zu waschen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was hast du jetzt angestellt? Das wird noch schlimmer. Also ich war total stramm, voll mit Giften. Ich hatte keine Entgiftungskapazitäten mehr. Es war null. Hinzu kam, dass ich auch noch unendlich viele Durchfälle entwickelt hatte, die fast überhaupt nicht mehr zu stoppen waren. Ich habe dann im Notdienst eine Ärztin angerufen aus Brümerförde. Die kam dann. Erstmal hat sie sich beschwert darüber, dass sie so spät noch ausrücken musste. Dann hat sie mir eine Beruhigungsspritze gegeben. Sie hat mir überhaupt gar nicht zugehört. Sie hat mir eine Beruhigungsspritze gegeben und hat gesagt, morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und ich soll mich mal nicht so anstellen. Danach war ich zwei Jahre und sieben Monate krankgeschrieben. Und diese Krankheit war, waren Sie jetzt bewegungsunfähig oder eingeschränkt bewegungsfähig? Wie war das? Ja, zu Anfang war ich komplett. Also wirklich, ich konnte fast überhaupt gar nichts. Wir hatten die Hochzeit natürlich schon geplant. Die Ärzte, zu denen ich kam, haben behauptet, das wären nur so ein paar Nervenprobleme, das würden die wieder in den Griff bekommen. Haben dann also wirklich so lange damit gewartet, bis wir die Hochzeit nicht mehr abblasen konnten. Deswegen auch dieses Bild auf meinem Buch hier, was Sie hier haben. Sie haben uns ein Buch mitgebracht, Verliebt, Verlobt, Vergiftet von Alexa Niedfeld. Ist das noch lieferbar? Gibt es das noch? Ja, man kann es bei mir direkt noch bestellen. Also man kann es in der Praxis von Alexa, wenn man also Niedfeld Hannover eingibt, dann findet man sie. Das habe ich ausprobiert. Ja. Und da findet man die Praxis. Dann kann man es direkt in der Praxis von Alexa Niedfeld in Hannover am Listerplatz bestellen. Verliebt, Verlobt, Vergiftet. Also da haben Sie Ihre Geschichte nochmal ausführlich beschrieben. Genau. Was kostet das, was ihr höre ja auch wisst? 1995. Das ist fest gebunden. Das sind 200 Seiten. Hardcover. Ja, genau. Ich gebe es gerne Patienten mit, denen es besonders schlecht geht und die eine ähnliche Geschichte haben wie ich. Denen schenke ich das mitunter auch, verkaufe es gar nicht, sondern wenn es denen besonders schlecht geht, sage ich, nehmen Sie es mit. Also wir können schon ankündigen, ich werde dann über dieses Buch eine Rezension als Sondersendung machen. Da kriegen Sie dann noch ein bisschen mehr mit von dem Buch von Alexa Niedfeld, Verliebt, Verlobt, Vergiftet. Ungefähr in zwei Tagen wird es das im Netz geben. Wenn Sie auf unsere Blogseite ignorance.vonabisw.de gehen, finden Sie dann auch diese Rezension. Allerdings werde ich Sie wahrscheinlich zusätzlich noch einstellen bei Kunstfehler.vonabisw, wo die Rezensionen allgemein bei uns abgebildet werden. Sie sind also jetzt richtig krank. Genau. Ja, ich bin dann von einem Arzt zum anderen getingelt. Ich war auch in Kliniken. Ich war auch in Bremerhaven in einer großen Klinik auf der neurologischen Abteilung. Ja, dann hat man mich in die Röhre geschoben. Man hat Elektronen und Kaffee gemacht. Was meinen Sie mit Röhren? Ja, MRT, CT und so weiter. Das habe ich ja etliche von bekommen. Die haben mich also stückweise immer überall durchgezogen. Einmal durch die Schuhe jetzt hindurchgequirrelt. Genau. Und hinten raus kam, Sie haben nichts. Genau. Herzlichen Glückwunsch, wir sind gesund. Das ist alles Einbildung, Sie bilden sich das alles, sagen wir haben keinerlei Krankheitsbezug. Bis auf einen, also ich war dann nochmal in Stade bei uns natürlich da in der Nähe, bin nochmal untersucht worden und dann sagte dieser Radiologe dann zu mir auf dem Flur, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das fand ich ganz, ganz schlimm, auf dem Flur. Ich hätte MS und ich würde aus dem Rollstuhl sowieso nicht wieder rauskommen. Es waren etliche Patienten dabei, die saßen da drumherum. Der guckte nur kurz aus der Tür. Ich wollte eigentlich rein in den Raum, ich kam gar nicht rein. Es wurde mir auf dem Flur gesagt, vor allen Leuten, die guckten mich alle an. Und meine Reaktion war innerlich, ich habe gesagt, für mich, nein, das ist es nicht. Ich bin auch hinterher gefragt worden, was kam denn dabei raus? Ich habe gesagt, ich soll angeblich MS haben, aber das habe ich nicht. Ich war ja nun wirklich noch nicht alt. Das war jetzt ja, das war dann 94, da war ich 23. Eigentlich auch noch immer dumm, wenn man es genau nimmt. Sagen wir es mal so, gehirngewaschen, wie das in Deutschland üblich ist. Dumm ist das nichts. Man hat ihnen ja nie beigebracht, wie Krankheit und Gesundheit funktioniert. Und wie es entsteht. Und wie es entsteht und was es mit Giften zu tun hat und was es mit Ernährung zu tun hat. Das wird ja nicht in der Schule unterrichtet. Nee, genau. Und Umweltmedizin schon gar nicht. So ist es. Das müsste eigentlich ein Pflichtfach werden. Das wäre ja dann die Abänderung von Gehirnwäsche zu Aufklärung im Sinne von Kant. Das wollen wir doch nicht. Ja, also unser System lässt es einfach nicht zu, dass Menschen aufgeklärt werden. Das ist leider so. Das ist ja auch logisch. Wir sind uns ja wahrscheinlich bei Ahnung, wo Geld eine Rolle spielt, ist Aufklärung nicht so gut. Das stimmt. Und ich war ein sehr unbequemer Patient. Sehr unbequem. Von Anfang an. Weil ich eine Mutter habe, die ein Lupus erythema Todes hat. Oh, okay. Seit 1982 galt eine, damals als eine der ersten Fälle überhaupt in Deutschland. Natürlich weiß man heute, dass die Dunkelziffer einfach so dermaßen hoch war. Wird falsch diagnostiziert. Es wurde einfach alles falsch diagnostiziert. Das ist ja aus dem heumatischen Formen gerade. Ja, genau. Und sie hat den Inneren und das ist die schwerste Form. Und der Lupus, der Wolf, das ist eine sehr, sehr aggressive Krankheit, die gegen den eigenen Körper gerichtet ist. Genau. Und alle inneren Organe zerstört, systematisch. Ja. Und die Rheumatologen tun sich schwer. Sie hauen dann da noch chemische Keulen drauf. Statt, dass sie in den Weg gehen, dass man sagt, okay. Joe Cross in seinem Film Fet, Sick and Nearly Dead würde sagen, naja, ein Jahr Saftfasten oder Heilsaften ergänzt mit Supplementen und Meditation und Akupunktur und dann gucken wir mal. Und dann eine sehr gesunde Ernährung, das restliche Leben mit täglichen Hochdosen von Vitamin C mal ausprobieren lohnt sich. Aber das sagt Ihnen ja keiner. Nein. Aber den Film an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, Fet, Sick and Nearly Dead kriegen Sie kostenlos bei YouTube. Es gibt sogar zwei Filme davon und die Storys sind spannend, aber das ist nicht die Story, die wir heute diskutieren wollen. Frau Nitzfeld, Sie sind also jetzt von einem Arzt zum anderen geschickt worden. Ja, genau. Und meine Mutter hat mir natürlich beigebracht, von Anfang an nicht alles so hinzunehmen. Das hat sie selber nicht getan. Sie hat sich auch immer um ihre eigene Gesundheit gekümmert, sehr, sehr viel. Ja, und als es dann losging und die Ärzte wollten mir Beruhigungsmittel aufschreiben und Antidepressiva, von denen ja der Peter Götzsche in Kopenhagen, der Leiter des Koch-Krein-Zentrums, einer der berühmendesten Wissenschaftseinrichtungen, sagt, es gibt keine Depressionstabletten, die nicht auf gefälschten Studien beruhen. Damit hat man sie dann abgefüttert. Ja, ja, genau. So es um Geld geht, wird auch gefälscht. Das Buch von Peter Götzsche ist im Handel erhältlich. Wenn Sie Peter Götzsche in der Buchhandlung suchen, da finden Sie zwei Bücher. Und die Psychopharmaka-Story, die Mafia, die auf dem Titel steht, ist ja lesenswert. Jetzt sind wir wieder bei Frau Nietzsche, die ja diese Tabletten gekriegt hat. Haben Sie sie genommen? Nein, die habe ich nicht genommen. Ich habe die auch nicht mal abgeholt, weil meine Mutter gleich gesagt hat, sowas nimmst du nicht. Jetzt suchen wir uns was anderes, jetzt reicht es. Und sie hat 16 Jahre lang als grüne Dame im Krankenhaus gearbeitet in Bremerförde. Das ist von der Kirche aus eine Einrichtung, die sich um kranke Menschen kümmert, ehrenamtlich. Habe ich selbst erlebt, wenn ich im Krankenhaus war. Sehr schöne Einrichtung. Ja, genau. Und sie hat die grünen Damen geleitet damals, 16 Jahre. Ist natürlich viel an die Betten gegangen und hat viele Menschen kennengelernt. Und da war eine Dame, der sie dann meine Geschichte erzählt hat. Und die hat dann gesagt, Mensch, mein Sohn, der studiert in Lüneburg. Und der hatte auch mal so schlimm mit den Beinen zu tun. Und der hatte eine Amalgam-Vergiftung, eine chronische. Und da gibt es einen Arzt und der hat auch ein Buch geschrieben, das bestellen Sie sich doch mal. Und dann hat sie die Telefonnummer gegeben und dann haben wir da angerufen, haben das Buch erst mal bestellt. Ganzheitliche Medizin in der ärztlichen Praxis. Das habe ich mir durchgelesen. Und ich habe angefangen, die ganzen Dinge, die zu mir passten, anzustreichen. Habe dann nach zwei, drei Seiten gemerkt, vielleicht sollte ich lieber anstreichen, was mich nicht betrifft. Das wäre nicht so viel. Ich hatte das Buch durch und habe gedacht, okay, da muss ich hin. Genau. Weil der hat die Lösung für mich. Und habe mich da angemeldet. Das war in Lüneburg. Das war in Narmeligenhausen bei Lüneburg, genau. Habe mich da angemeldet. Und dann habe ich da festgestellt, dass er eigentlich der Einzige ist, der wirklich Durchblick hat. Und der auch genau weiß, worum es bei mir geht. Hat er sofort die Toxizität dieses Katzenflohbeseitigungsmittels irgendwie angegangen? Ja, nein. Also er hat mir als erstes einen Baubiologen nach Hause geschickt. Ah ja, okay. Umweltmedizin. Gut, das ist schon mal klar. Noch bevor überhaupt irgendwas gemacht wurde, hat er gesagt, ohne Baubiologen mache ich gar nichts. Mit Erzspann oder ohne Erzspann? Mit Erzspann. Alles komplett. Elektrosmog. Elektrosmog, genau. Und eigentlich ging es erst mal auf diese Schiene. Weil dieser Arzt auch sehr, sehr rührig ist, was diese Dinge mit Elektrosmog betrifft. Macht er auch heute. Haben die Roten Gänge ins Haus geholt? Hatte ich auch. Hatten Sie auch? Ja, das kam dann auch. Aber das war dann natürlich für mich dann nachher alles durch. Ich hatte wirklich meinen Fokus auf andere Dinge gerichtet. Weil für mich oberste Priorität hatte erst mal aus dem Gift raus. Ja. Wussten Sie denn zu dem Zeitpunkt schon auf dem Gift? Der Baubiologe war zu Hause, hat Elektrosmog getestet, hat hin und her Strom geschaltet. Ich musste mich ins Bett legen, wieder raus, wieder rein, hin und her. Das hat ziemlich lange gedauert. Ich war dann in der Küche. Der Baubiologe guckte um die Ecke, sieht diesen Fogger da stehen, den ich schon mal wieder gekauft hatte. Nur zur Sicherheit, falls nochmal wieder Flögel kommen. Guckt um die Ecke und sagt, haben Sie das hier benutzt? Ich sage, ja. Ja. Haben Sie denn die und die Beschwerden? Er hat mir eigentlich alles aufgezählt, was ich hatte. Der wusste sofort, was er heißt. Also der Baubiologe in Ihrem Haus, der hat dann den Trigger gelöst. Genau. Das könnte es sein. Der ist ausgebildet worden bei Wolfgang Mees. Das ist ein ganz bekannter. Den sollten Sie, glaube ich, auch kennen, was Elektrosmog betrifft. Ich habe Umweltmedizin vor vielen Jahrzehnten mal abgearbeitet für mich. Aber die Namen sagen mir da nicht. Also ich war damals mit einer Ärztin verheiratet und wir haben eben diese naturerkundliche Seite abgedeckt. Wir haben dann, ich habe Promiopathie gelernt als Ehemann in Bad Brückenau. Und dann haben wir im Ministerium die Dokumentation der Naturverfahren gemacht. Und dadurch kenne ich die Thematik, aber ich kenne die Leute nicht. Ich habe allerdings in meinem privaten Umfeld auch einen Routengänger gehabt. Und dann haben wir nachher, meine damalige Frau und ich haben dann im Wohnzimmer geschlafen. Ja, ja, ja. In der Wohnung. Also ich hätte eigentlich auch hochkantplatt an der Wand stehen müssen nachts. Das hat was gebracht, aber wir sind dann umgezogen. Also es macht immer, das ist nie eine Sache alleine. Die meisten Patienten suchen einen einzigen Fehler und das ist es einfach nicht. Das ist das, was die Schulmedizin uns meistens suggerieren will, dass es einen einzigen Grund für irgendwas gibt. Und das ist es eben nicht. Es ist immer ein Zusammenwirken von mehreren verschiedenen Faktoren. Und bei mir war es eben auch ein Zweitschlagphänomen aufgrund der Tatsache, dass mein Immunsystem schwer geschädigt war schon von Anfang an. Sie hatten ja die feste Absicht, dass Sie Ihr Immunsystem endgültig beseitigen und dann ist das ein guter Nährboden. Genau, so ist es. Und da kommt dann das Gift oben drauf und das ist dieser Zweitschlag gewesen, der mich dann völlig umgehauen hat. Weil die Entgiftungsleistung einfach nicht da war und man weiß es natürlich auch nicht. Man sagt, Lupus vererbt sich nicht. Aber ich glaube, dass es in unserer Familie da irgendwas gibt. Und ich glaube, dass es diese Hempyrolactamurie ist, die, glaube ich, meine Großmutter schon betroffen hat, weil die sehr schwer krank war bis ans Lebensende. Meine Mutter als Nachfolgegeneration und ich dann auch. Wobei es da natürlich interessante Gegenargumente gibt, der Ron Hanninghake von der Riordan-Klinik, der berühmten Kriegstklinik in Amerika. Der hat also einen Bruder, der hat ein Bein wegen Diabetes verloren, der hat in seiner Familie so zehn Leute mit Diabetes, nur er nicht. Und er erklärt das so, wenn man bestimmte Dinge tut, die sehr naturheilkundlich und ganzheitsmedizinisch sind, dann muss sich eine solche erbliche Belastung nicht manifestieren. Sie kann ja da sein, aber er hat eben kein Diabetes, weil er natürlich jeden Tag seine 18 Gramm Vitamin C einnimmt und jeden Tag seine gesunde Kost hat, Frischkost und nicht dieses Junkfood. Und weil er meditiert und weil er Stressmanagement macht und er hat halt kein Diabetes. Obwohl er übrigens sogar bis zum Beinverlust ist. Und das kann bei Ihnen ja auch sein. Ja, natürlich. Ich halte von diesen genetischen Faktoren sowieso nicht so viel, weil ich eben weiß, dass man sie an- und ausschalten kann, die Gene. Weil wir halt heute nicht über Genetik, sondern über Epigenetik reden. Wir haben es ja selber in der Hand. Das wird uns nur nicht gesagt, dass wir es in der Hand haben. Und jetzt waren Sie also mit dem Baubielogen in Ihrer Wohnung und dann sind Sie wahrscheinlich wieder zum Arzt gegangen und haben Ihnen das erzählt. Oder der hat Ihnen das erzählt. Ja, ich habe versucht, die Ärzte zu bekehren. Das ist, glaube ich, immer die erste Phase, die jeder Patient mitmacht. Sie haben den Versuch gemacht, einen Schulmediziner zu bekehren. Ja. Sein Paradigma im Sinne von Thomas S. Kuhn in ein neues Paradigma überzuleiten. Ich habe gedacht, dass ich etwas wüsste, was er gerne wissen möchte. Und das war eben genau nicht so. Das ist das Schlimmste, was man als Mensch tun kann. Jemandem, der von etwas überzeugt ist, beizubringen, dass er keine Ahnung hat. Das geht gar nicht. So ist es. Das hat mir der Arzt, wo ich hinterher dann gewesen bin, der mir auch so geholfen hat, da war es so. Also der hat das dann auch zu mir mal irgendwann gesagt. Also so dem Sinn nach, der Arzt müsste ja zugeben, dass das, was er studiert hat und sein ganzes Leben lang gepredigt hat... Das ganze Weltbild ist weg. Ja, genau. Das geht nicht. Das ist von jetzt auf gleich. Das können Sie mit dem Arzt, der approbiert ist und einen Doktortitel hat, nicht machen. Sie sind erstens kein Doktor. Sie haben zweitens nicht medizinstitiert. Das ist zwar eher ein Vorteil als ein Nachteil. Aber der Arzt ist in der Rangliste der Anerkennungsskala in Deutschland so weit oben, dass der gar kein Selbstreflexionsvermögen mehr hat, weil er ja da steht. Geht gar nicht. Sowas ist nicht erlaubt. Sie dürfen einem Arzt nicht sagen, Sie müssen bei Grippe Vitamin C geben. Da guckt er Sie an wie ein Auto und verschreibt ein Antibiotikum bei einer viralen Grippe. So sieht es doch aus. Ja, ja. Aber jetzt möchte ich mal Ihr Weltbild erschüttern. Es waren nämlich alles Ärzte, die mir geholfen haben. Ja, das will ich gar nicht im Zweifel ziehen. Ich kenne die 2% guten Ärzte auch. Aber die 98%, das ist die Masse. Ja, also ich möchte da nicht grundsätzlich drüber wettern. Deswegen bin ich gar nicht hier. Ich glaube, Sie können es nicht anders wissen, weil es sind immer noch die alten Professoren, die da sind, die denen das vorkauen. Max Planck hat mal gesagt, der Irrlehrer und seine Schüler müssen aussterben, bevor ein neues Paradigma sich durchsetzen kann. Genau, diesen Spruch kenne ich auch. Der ist perfekt, der trifft es ganz genau. Und Ihr Arzt in Lüneburg hat Ihnen dann eine Strategie gezeigt. Wie sah die aus? Ganz hart. Ich habe da am Schreibtisch gesessen. Nein, er hat mich sogar hinlegen lassen. Ich habe gelegen vor seinem Schreibtisch. Er hat mir die Liege da hingezogen. Was ich noch total spannend fand eigentlich als Patientin. Ich war überhaupt nur verblüfft, erst mal wie es da aussah, dass kein Mensch weiße Kleidung trug, dass das ganze Haus zugewachsen war, dass es recht wild aussah da. Ich kam da rein und er ist von der Art ein sehr distanzierter Typ. Hatte der heilende Kräfte im Sinne bis zu Reiki oder hat er nur sehr gute Ahnung von Ganzheitsmedizin gehabt? Ich glaube, er war sehr... Also war er ein Heiler im Technischen... Also Sie wissen, dass Heilpraktiker eigentlich Heilkundige sind, die das in sich haben. Die Heilpraktikerprüfung ist ja ein Anachronismus im Nazi-Reich entstanden. An sich hat man ja die Kurierfreiheit gehabt und dann hat man das Heilpraktikergesetz gemacht, um die Heilkundigen aus der Welt zu schaffen. Genau so ist es. Und dieser Arzt, war der aus Ihrer Erfahrung spekulativ jetzt natürlich... War das ein Heiler? Ja, irgendwie schon. Ja, okay. Ja, ich glaube, irgendwie schon. Also er war auf jeden Fall sehr sensitiv, er war sehr feinfühlig, er war komplett anders als andere. Aber er konnte keine Aura gucken? Kannte. Glauben Sie nicht? Glaube auch. Ah, okay. Ja. Er hat das noch nicht leichter als andere. Ja, ja, das schon. Also er hat aber immer eine gesunde Skepsis gehabt, vielen Dingen gegenüber, die neu an ihn herangetragen wurden. Aber er war nicht so, dass er jetzt alles geglaubt hat, was so an ihn herangetragen war. Und er hat ihm auch nicht erzählt, was er kann. Nein, auch nicht. Das kostet ihm nämlich seine Approbation, wenn er sowas erzählt. Ja, ich habe das einfach immer nur gespürt, dass er ein ganz Besonderer ist. Das weiß ich auch bis heute, dass das so ist und war. Also ich habe niemals wieder irgendwo jemanden kennengelernt. Mit der Ausstrahlung. Mit der Ausstrahlung. Ich habe das bei Max-Unders-Rufe erlebt, als ich ihn mal in Lahnstein besucht habe, in der Nahnhöhe. Es gibt halt Ärzte, die wissen gar nicht, dass das, was sie vertreten, auch noch eine andere Quelle hat. Ja. Und manchmal wissen sie es auch. Okay, jetzt lagen Sie auf der Liege. Jetzt wird Ihnen erzählt, was Sie tun müssen. Ja, genau. Dieser Mann war einfach so, dass er mich irgendwie in seinen Bann zog. Okay. Er hat mir Dinge erzählt, die ich machen muss. Er war sehr, sehr gut vorbereitet. Er hatte ganz viele Zettel da liegen. Er hat in seinem Fach hinter sich gegriffen. Er wusste, was ich für Symptomatiken habe, weil ich vorher, drei Monate vorher, schon alles eingereicht habe. Da stand alles drin, was ich für Probleme habe. Dann hat er seine Merkblattsammlung gehabt und hat mir überall Blätter rausgezogen. Über Therapien, über Öl ziehen, über Orthomolekularmedizin beziehungsweise Nahrungsergänzung. Also, jetzt müssen Sie Öl ziehen? Habe ich auch gemacht. Wie lange? Ich sollte es eigentlich nur in der Phase der Amalgamentfernung und ein bisschen darüber hinaus. Sie haben also alle Amalgamzähne sanieren lassen? Ja. Das habe ich bei Türke in Pyrmont gemacht, den berühmtesten. Alle zehn Füllungen. Ich hatte riesengroße Dinge. Ich habe das Öl ziehen nachher weiter beibehalten, weil das ist einfach, ich habe es bestimmt über ein Jahr gemacht. Das ist gut. Und immer, wenn ich das wieder anfange, mache ich es nicht nur kurz. Wir müssen, glaube ich, jetzt kurz noch hören und sagen, wir beide wissen, was Öl ziehen ist. Sie nehmen also was für ein Öl? Olivenöl? Ich habe damals aus dem Bioladen ein Öl geholt. Das war ein, von Rapunzel hatte ich so ein Sonnenblumenöl, sollte ich damals nehmen. Das war so damals der Stand. Das ist so, glaube ich, Biolandqualität für Rapunzel. Ja, glaube, ne? Also, Rapunzel-Sonnenblumenöl, wie viel haben Sie in den Mund genommen? Ein Esslöffel voll, immer vorm Duschen. Wie lange haben Sie dann gefletschert? Ja, ich habe also das vorm Duschen immer gemacht. Das war für mich das Beste. Einfach mundvoll. Dann durch die Zähne gezogen, immer hin und her, hin und her. Als ich mit dem Duschen fertig war und allem, habe ich es ausgespuckt. Das ist ganz wichtig. Ungefähr zehn Minuten. Habe dann erst die Zähne geputzt. Natürlich mit einer Zahnpasta ohne Flur. Das war natürlich das, was der Dr. Braun mir alles aufgeschrieben hat. Das waren so viele Dinge. Ich sollte Allergieklopfen machen. Allergieklopfen ist... Ja, das sind so bestimmte Punkte, Klopfen gegen Unverträglichkeiten. Man sollte sich dann was auf dem Bauchnabel legen oder unter dem Bauchnabel legen und dann klopfen und so weiter. Das waren so ein paar Sachen, die mir erst so ziemlich suspekt waren. Aber ich war... Ziemlich schräg für jemanden, der das nicht kennt. Ja, genau. Ich war skeptisch, als ich diese Sachen sah. Aber Sie haben es gemacht? Alles. Alles. Ich war an einem Punkt, wo ich es mir nicht mehr aus... Sie waren ein Idealplatz. Ja. Ja, ich war an einem Punkt angelangt, wo ich es mir einfach nicht mehr aussuchen konnte. Entweder wollte ich leben oder ich wollte sterben. Der Leidensdruck war groß. Sehr groß. Also ich lag dann nun vor diesem Schreibtisch. Was ich sehr aufmerksam fand, dass er diese Liege ranzog. Das habe ich auch bis heute noch im Kopf. Weil da hat noch nie einer drüber nachgedacht, dass ich vielleicht nicht sitzen kann. Okay. Und ich habe Wasser zu trinken bekommen und er hat mir alles ganz genau erklärt. Er war sehr distanziert, wie ich schon sagte. Hat mir alles so gesagt. Hat vom Typ her wohl den Eindruck gehabt, dass ich das nicht unbedingt mitmachen würde. Und so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, war ich auch so ein Typ. Ja, Sie waren normaler Typ. Ich erlebe das doch ständig, wenn ich jemandem erzähle, bei Grippe nimmst du 30 Gramm Vitamin C, guckt er mich an die Auto und schmeißt es in den Papierkorb, die Information. Und obwohl er damit die leichte Grippe nach drei Stunden weg hätte. Wenn ich jemandem erzähle, er hat eine mittelschwere Grippe und er müsste 100 bis 150 Gramm Vitamin C über den Tag verteilt, so alle sechs Minuten eine Dosis. Das machen die Leute nicht. Es würde zwar funktionieren, aber sie machen es nicht. Sie sind halt anders sozialisiert. Und der hat sie wahrscheinlich auch so eingeschätzt. Ja, so sieht es aus. Er hat auch ja eigentlich eine ganz gute Menschenkenntnis. Er hat mich schon richtig eingeschätzt, nur er hat meinen Kampfgeist wahrscheinlich nicht gesehen. Er hat ihren Leidensdruck nicht kalibriert. Ja, wahrscheinlich. Ich habe dann diese ganzen Unterlagen bekommen und es war ein ganz schöner Haufen. Er hat mir das hingelegt und hat gesagt, so, das lesen Sie jetzt alles durch. Sie müssen das und das und das machen. Und wenn Sie das nicht möchten, so dem Sinn nach, da hat der Maurer das Loch gelassen. Dann bleiben Sie halt krank. Genau. Ich habe keine Zeit für Menschen, die nicht mitmachen wollen. Für dumme Leute ist mir meine Zeit zu schaffen. Genau, das hat er mir an dem Tag genau so gesagt, dem Sinn nach. Und ich habe in dem Moment gedacht, du Arschloch, dir werde ich das zeigen. Damit war mein Kampfgeist geweckt. Er hat das gut gemacht. Was haben Sie für ein Sternzeichen? Fische. Das ist ungewöhnlich. Kampfgeist und Fische. Fische. Ja, ich bin durch und durch Wasser. Fische, Ascendent, Krebs und mein Mond im Skorpion. Wo ist denn der Mars bei Ihnen, dass Sie so einen Kampfgeist haben? Ich weiß nicht, ich sage immer, ich habe zwei ostpreußische Omas gehabt. Vielleicht ist es das. Das kann natürlich auch sein. Aus den Preußen, die wissen schon, wo sie lang wollen. Okay, gut. Sie haben also ein Stapel Informationen gehabt. Können Sie so mal auflisten? Also Öl ziehen. Was ist noch dabei gewesen? Ernährung drastisch umstellen. Ich durfte nichts mehr essen, was irgendwie vom Tier kam. Ich durfte nicht mal irgendwas essen, wo auch nur ein Stück Fleisch draufgegeben hat. Komplett vegan. Rohkost? Rohkost vegan oder durften Sie was kochen? Ich durfte was kochen. War vorgestimmt zwei Drittel Rohkost, ein Drittel was anderes? Nein, auch nicht. Dürften Sie Brot essen, Getreide? Soweit ich das noch im Kopf habe, ja. Okay. Also eine vegane Vollwertenährung. Bio vor allen Dingen. Eine vegane Vollwertig-Bio-Ausgangsprodukte, möglichst Bioland- oder Demeter-Qualität und dann vegan. Genau. Okay. Das war also das meiste, weil wir natürlich davon ausgegangen sind, dass das Hauptproblem diese Giftsymptomatik ist. Naja, und der Darm natürlich außerdem noch. Ich habe mir Darmsanierung machen müssen. Ich habe mehrere verschiedene Mittel bekommen. So ein Symbio-Flo, so wie ich gesagt habe. Ja, sowas alles, genau. Mutterflor auch? Boah, da fragen Sie mich was. Na, das ist nicht so schlimm. Symbio-Flo ist ja für den Dindam und Mutterflor sind dick da. Ja, ja, genau, aber so exakt genau an diese therapeutischen Dinge kann ich nicht erinnern. Ich habe sehr, sehr viel Bioresonanz bekommen. Sie haben Bioresonanz? Sehr, sehr viel, ja. Mit Regomet, Bicom. Okay. Das war fast, also das war das meiste eigentlich, muss ich sagen. Ganz, ganz viel Bicom. Ganz wilde Konstellationen an Elektronen. Also der Patient, der mit Bioresonanz gute Erfahrungen gemacht hat. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Wobei wir beide jetzt ein multifaktorelles Problem haben. War es jetzt die vegane Vollwerdernährung oder war es das Bioresonanzprogramm? Das war alles irgendwie. Es war alles irgendwie. Da kann es nie zuordnen. Ich muss dazu sagen, ich habe dann noch, und da kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema, nach langer Zeit. Ich musste etwas aus Amerika bestellen. Ein Nahrungsergänzungsmittel, Orto-Molekular-Medizinische Therapie setzte dann ein. Okay, wissen Sie noch welches Thema? Das hieß Biomuskuloskeletal. Das war ein Wahnsinnswort, das ich lange üben musste, bis ich es aussprechen konnte. Das war eine große Dose. Relativ teuer damals noch, so wie ich das in Erinnerung habe zu D-Mark-Zeiten. American Supplement. Ja, genau. Weil bei uns war das, was ich brauchte, gab es so nicht. Also man muss sich ja vorstellen, ich hatte ja Durchfälle ohne Ende. War das ein Multivitamin? Da war alles drin. Also das waren so, das waren mehrere Kapseln in einem kleinen Tütchen. Das war immer eine Tagesportion. Die waren immer so zusammengepackt. Also sowas wie Orto-Mole-Niedrigdosis haben Sie Hochdose-Tutung. Ja. Können Sie noch sich erinnern an die Dosierung? Waren die so zehnmal Orto-Mole oder war das Doppel-Orto-Mole? Orto-Mole ist ja die deutsche Firma, für die ich keine Werbung mache, die ich einfach als Referenz nehme. Oder Orto-Mole ist ja in Deutschland eine Firma, die so ein Fläschchen und Tabletten und Püferchen hat. Aber die sind alle so niedrig dosiert, dass ich immer einen Nachkampf kriege, wenn ich auf den Backpack-Zettel gucke. Wie war das in diesem amerikanischen Fall? Das war sehr, sehr hoch dosiert. Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, aber da standen, ich weiß nicht wie viel Prozent drauf. Das war teilweise 1800 Prozent über dem... Also ein richtig Orto-Molekulare Ansatz. Ja, das war richtig hoch dosiert. Man könnte sagen Cascard. Kennen Sie Cascard? Das ist ein Defizit, müssen Sie absolut ändern. Robert Cascard, der hat diese Begrifflichkeit bei Vitamin C, der hat dann eine 100 Gramm Krankheit oder eine 30 Gramm Krankheit oder eine 200 Gramm Vitamin C Krankheit. Und das sind diese Dosen, von denen wir gerade reden. Und das hat dann, wie lange gedauert? Wie lange mussten Sie das einnehmen? Insgesamt, also ich muss zuerst sagen, nach sechs Wochen der Einnahme, und der Therapie und Bioresonanz und auch das Ausleiten des Giftes, was ich extra nochmal dafür besorgt habe. Wir haben es ins Bioresonanz gegeben. Aber Heilerde war nicht dabei. Zeolit, Klimatheolit, sowas? Ja, das Zeolit, das kam erst später ins Spiel. Das kam erst später. Aber Heilerde war auch schon mit dabei, solche Dinge schon. Haben Sie sich mit Hecht auseinandergesetzt? Dem deutschen Professor für Nuklearmedizin, der zeolitisch im Prinzip wissenschaftlich in die Welt gebracht hat bei uns? Gar nicht. Nee, nicht so wirklich. Also Sie haben jetzt supplementiert, Sie haben sich gesund ernährt, Sie haben Ölziehung gemacht, Sie haben Bioresonanz gemacht. Die Amalgamfüllung raus. Die Zahnlanierung, die Herzlanierung, wie man so schön sagt. Schlafplatzlanierung, genau. Und nach sechs Wochen konnte ich das erste Mal wieder richtig auftreten, ohne Probleme. Was heißt ohne Probleme, aber ich konnte das Bein schon mal wieder richtig austreten. Wie oft mussten Sie zum Arzt in der Zeit? Ein bis zweimal die Woche. Ein bis zweimal die Woche? Bin ich nach Lüneburg. Von Bremer Förderhaus? Ja. Und ich war dann ja irgendwann so fit, dass ich ja dann auch alleine schon fahren konnte. Es war noch schwierig mit dem einen Bein, aber ich konnte so weit fahren. Ich weiß nicht, ob ich es hätte dürfen. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen im Nachhinein. Ich hoffe, dass es jetzt verjährt. Es ist inzwischen verjährt, ja. Und dann habe ich mir aus der Bibliothek dieses Arztes jede Woche ein bis drei Bücher mitgenommen. Ich hatte ja Zeit. Das ist wie jemand, der im Knast sitzt, so ungefähr, man konnte nichts machen. So, und ich war krankgeschrieben und habe dann immer die Bücher mitgenommen und habe alles, das, was der da im Schrank hatte und was mich interessierte, habe ich gelesen. Ich habe zwar nicht alles verstanden mitunter, aber es war mein Einstieg und ich muss sagen, er hat einen ganz wichtigen Grundstock gelegt. Wann war das? 95. Da hätten Sie unsere acht Bücher lesen können. Dokumentation der besonderen Therapierichtung und natürlichen Heilweisen in Europa. Vom niedersächsischen Wirtschaften. Kein Mensch kennt das. Zu spät. Da hätten Sie eine Sammlung gebraucht. Das gibt es heute noch bei ZVAB für schmales Geld. Aber Sie haben es anders gemacht. Sie haben lauter Bücher von dem Arzt gelesen. Genau. Und der hat ja selber auch sehr viele geschrieben. Und von daher hatte ich natürlich das alles auf der Pfanne, was er da gemacht hat. Sie wurden jetzt ein autodidaktischer Ganzheitsmediziner. So sieht es aus. Es hätte auch nichts gebracht, wenn ich noch irgendwo anders hingegangen wäre. Ich habe das auch versucht mit Kollegen. Ich muss dazu sagen, also ich habe es mit Kollegen versucht, mit Heilpraktikern. Und ich habe ganz schnell immer gemerkt, wenn ich da reinkam, dass ich viel, viel weiter war als die Kollegen. Aber es ging einfach nicht. Damals waren Sie aber noch keine Heilpraktikerin. Genau. Sie meinen jetzt also, Sie sind zu Heilpraktikern gegangen, als Sie selber noch keine waren. Genau. Okay. Und da, wo ich hinwollte, also da, wo die hinwollten, von da kam ich schon hundertmal wieder zurück. Weil Sie einfach den Großmeister kennengelernt hatten und jetzt den Schüler des Schülers des Schülers des Schülers nicht mehr sehr ernst nehmen konnten. So ist es. Ich bin immer relativ schnell da wieder raus. Okay. Auch bei Homöopathen, leider. Naja, Homöopathie. Homöopathie. Der Dr. Stübler, bei dem ich Homöopathie gelernt habe, hat mal gesagt, es gibt in ganz Deutschland acht Homöopathen, die es können und der Rest ist grobzeug. Ich meine, das ist ja eine schwierige Kunst. Das ist ja nicht, was man lernen kann. Homöopathie ist, der Dr. Dake, der bei uns im Interview von Abis Leva, der hat mal erzählt, der hat ja auch Homöopathie gelernt und seine Frau auch. Und der hat bei Dorchi dann einen Kurs gemacht. Das ist einer der berühmtesten österreichischen Homöopathen. Und dann hat die Gruppe dann repartorisiert und repartorisiert und dann haben sie gemeinsam ein Mittel fixiert. Das muss es sein. Und dann hat Dorchi ein ganz anderes Mittel gegeben und das hat dann gewirkt. Und da hat er zu mir im Interview gesagt, ja, das ist halt Dorchi. Homöopathie ist auch Kunst. Man kann es oder man kann es nicht. Und die meisten machen eben nur das Gelernte und das reicht halt nicht. Für das Semilium reicht das. Es verschiebt die Symptomatik. So sieht es aus. Also das ist wie bei, ich vergleiche das immer mit einer Schneekugel. Ja, es wird aufgeschüttelt und an irgendeiner anderen Stelle legt es sich wieder hin. Da ist es dann aber nur schwierig, dann das da wieder rauszusuchen. Also für mich ist Homöopathie in diesem Fall nicht das Mittel der Wahl gewesen. Da bin ich mehrfach an meine Grenzen gestoßen. Das kann ja auch deswegen nicht sein, weil es gibt in der Arzneimittellehre der Homöopathie seit Hahnemann gibt es ja für dieses Gift gar keine Prüfung. Nee, genau. Wie wollen Sie denn ein Semilium finden für ein Gift, das gar nicht ausgetestet wurde? Was soll das? Also man muss dann auch die Grenzen der Homöopathie ernst nehmen, so wie die Deutungsgrenzen in der Astrologie. Sie sind also dann jetzt auf dem Weg, sich durch Selbststudium, zweimal in der Woche Arztbesuch, regelmäßige Compliance, Sie machen das, was der Arzt sagt, Sie ziehen jeden Morgen das Öl und spucken es hinterher aus, Sie ernähren sich konsequent, biologisch, dynamisch, vegan, vollwertig. Nicht mal ein Ei? Nein. Sie trinken was? Wasser. Kein Alkohol? Levitiertes Wasser, ich habe es extra immer aus der Lüneburger Heide anliefern lassen. Da kam immer jemand, der hat es gebracht. Levitiertes Wasser, keinerlei Nikotin nehme ich an. Nein. Irgendwie so sonstige Genussgifte fallen mir jetzt nicht ein. Lebensmeditieren, haben Sie meditiert in der Zeit? Nein, so weit war ich da damals noch nicht. Also Sie haben im Prinzip ein sehr rundes, komplettes Programm gehabt, das auch nicht ganz unanstrengend ist, wo man daran denken muss, wo man sich auch mit einverstanden erklären muss, damit es funktioniert, dass die Psyche mitspielt. Und irgendwann, wie viel später, keine Symptome mehr? Gar keine Symptome gab es lange Zeit nicht, denn es war so, dass ich ganz viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten noch hatte, die aber unentdeckt blieben. Man muss natürlich sagen, ich habe das zu einer Zeit gehabt, wo kein Mensch einen Fruktose-Laktose-Test oder sonst irgendwas gemacht hat. Das heißt, man fing langsam nach einer Darmsanierung wieder an, normal zu essen, in Anführungsstrichen. Es war immer noch Bio und so weiter. Und es war vegan. So normal ist es ja nicht. Nee, nee, das stimmt. Wir haben zwar jetzt glaube ich eine Million Vegetarier, aber Veganer sind dann noch eine Subgruppe. Ja, aber es war nicht meins. Ich habe es dann irgendwann gemerkt, vegan funktionierte bei mir nicht, aus dem Grund eben, weil ich sehr viele Früchte dann gegessen habe in der Zeit und ich wurde schwerst depressiv. Heute weiß man warum. Sie hätten kein Wandmarker-Fan werden dürfen, denn der hat ja mit Obst überlegt halt. Das hätte bei mir nicht funktioniert. Das hätte mich also wirklich um die Ecke gebracht. Okay. Ja, und je mehr Obst ich zu mir genommen habe, desto schlimmer wurde es. Also die vegane Ernährung war für mich so nichts, weil das wäre nur noch Gemüse gewesen. Ja. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass es das so nicht sein kann. Es ist dann irgendwann auch durch viel Selbststudium dann rausgekommen, dass ich eben eine ganz, ganz schlimme Fruktose-Malabsorption habe, dass ich Milch immer noch nicht vertrug und auch mit Glutenproblemen habe, aber auch Soja nicht meins ist. Deswegen kamen Milchersatzprodukte für mich auch nicht in Frage. Also da blieb gar nicht viel übrig. Hätte Ihnen also keine Mandelmilch anbieten dürfen heute? Nein, Mandel geht nicht. Mandel geht nicht. Nein, also was heißt, ich weiß es nicht, ob es heute gehen würde. Diese Milchersatzprodukte, ich finde, das ist sehr überflüssig. Also ich brauche diese Dinge nicht. Wenn Sie die Mandelmilch mit Mandelmus und Kokoswasser ansetzen und im Hochleistungsmix, das schmeckt ganz gut. Ja. Wir machen mal kurz eine Pause. So, Sie sind also jetzt in dem Stadium, dass Sie auch Ihre Nahrungsmittelprobleme anfangen zu erkennen. Wie geht es jetzt weiter? Ja, also ich bin, für diese Erkenntnis bin ich nach Österreich gefahren. Ich war bei Dr. Manfred Döpp in Österreich. Da saß er damals noch in Salzburg. Da bin ich extra hingefahren. Er hat mit einem Gerät damals getestet, Prognos. Das war so ziemlich das Beste, was damals so auf dem Markt war, testmäßig. Das kommt aus der russischen Raumfahrt-Technik. Da wurde das auf der Meer benutzt, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen und auch zu behandeln. Und damit wurde ich behandelt. Ich habe dann zum ersten Mal gesehen, wie es funktioniert, dass man anhand der Anfangs- und Endpunkte der Meridiane halt sehen kann, wie bestimmte Nahrungsmittel und alles Mögliche auf einen wirkt, aber auch bestimmte ortomolekularen Substanzen. Da der Dr. Döpp also sehr viel auch in Amerika unterwegs war, war der natürlich immer mit einem Ohr auf der Schiene, was solche Dinge betraf. Und da habe ich sehr, sehr viele Substanzen kennengelernt, die ich vorher noch nie bekommen habe. Da ging das eigentlich dann richtig, da nahm das richtig Fahrt auf mit diesen Mitteln einnehmen und auch mehrere Mittel einnehmen. Das ortomolekulare Ganzheitskonzept. Ja, genau. Und das war dann exakt auf mich zugeschnitten anhand dieser Testung. So wie Abraham Hofer, der begründete Automolekulare Medizin, das ja auch anregt, dass man das macht. Ja, genau. Und da hieß es dann damals ja Depressionen hin und her und so. Und es wurde ja dann gesagt, es wäre psychisch. Ich bin dann von dem Arzt, der mir damals so geholfen hat, weggegangen. Ich war psychisch also dermaßen am Boden. Traurig, aggressiv, was auch immer. Nein, sowas alles noch gar nicht. Bei Depressionen ist ja ein Niacin-Geliebe der Wahrheit. Ich hätte auch aktiviertes B6 haben müssen. Das hatte ich alles nicht. Bin dann dann dahin und er hat das alles mir mitgegeben. Ich habe das alles eingekauft. Das war natürlich nicht günstig. Habe das eingenommen. Und er hat mir auch gesagt eben, dass ich immer noch mit Milch zu tun habe und so weiter. Er hat mir gesagt, ich müsste auch mal so einen großen Test machen auf chronische Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Damals habe ich das zum ersten Mal gehört. Das muss auch so 1997, 1998 irgendwie gewesen sein. Und da habe ich dann immer gedacht, naja, Mann, das ist aber teuer. Das kostet 400, 500 Euro oder sowas. Das war damals auch schon sehr teuer. Ich habe jetzt gerade für 1200 Euro meinen Jahresbedarf von Life Extension für 2017 eingekauft. Weil jetzt im Jahresende ist super super Life Extension. Da kann ich uns 30% billiger. Aber es sind 1200 Euro. Aber für das ganze Jahr. Okay, ja, ich bin bei Supplementa. Da bin ich sehr zufrieden. Da beziehe ich alles. Den Geschäftsführer habe ich eingeladen, nachdem ich von Ihnen das hörte. Mal den überkommt. Ach so, okay. Herr Brandt. Dann dem Impressum als Verantwortlicher. Ach so, ich dachte, Sie meinen Herrn Hendricks und... Also von Supplementa steht im Impressum ein Herr Brandt. Ah, das kann sein. Den habe ich eingeladen. Okay. Den Chef einladen ist immer der erste Weg. Und dann kommt irgendjemand anderes auch gut. Ja, na ja. Supplementa in Holland. Ja, genau. Gibt es in Deutschland eigentlich eine Bezugsquelle von Supplementa? Ich bestelle das ganz normal, ja. In Holland? Ja, es läuft über Holland. Man hat eine 00800er Nummer. Ah, okay. Und dann kann man das zum Ortstarif, kann man das telefonisch bestellen. Das geht wunderbar. Das ist eine echte Alternative zur Life Extension. Super, super klasse. Also der Dr. Runo, der sitzt da mit hinter. Der arbeitet auch sehr viel mit Supplementa. Ich habe ganz früher, zu Anfang meiner Heilpraktiker-Tätigkeit, schon mit denen gearbeitet. Dann war so eine Zeit, wo es irgendwie, wo ich mal umgestiegen war, auf Biogena. Mit denen arbeite ich heute auch noch. Biogena in Wien. Auch sehr hochwertig. Wo ich natürlich immer viel Wert darauf lege, ist, dass nicht so viele Füllstoffe drin sind. Aber Biogena hat sehr niedrige Dosierungen. Teilweise schon. Ich bin jetzt ja auch wieder bei Supplementa. Aber wir sind so weit. Noch sind Sie keine Heilpraktiker. Nein, noch bin ich keine. Sie sind jetzt auf dem Weg, dass Sie Ihre Nahrungsmittelallergien entdecken. Ja, da bin ich aber schon in der Ausbildung zur Heilpraktikerin. Wann haben Sie entschieden, dass Sie Heilpraktiker werden wollen? Oh, recht früh. Das war schon in Lüneburg bei dem Arzt. Also, als Sie bei dem Arzt endlich das gelobte Land gefunden hatten, haben Sie gesagt, ich will jetzt Heilpraktikerin. Genau. Nachdem Sie das viele Lesen angefangen hatten, haben Sie gesagt, da mache ich was draus. Genau. Weil ich musste zwischendurch, weil ich nach zwei Jahren und sieben Monaten ja wieder krank, also nicht mehr krank geschrieben war, musste ich ja irgendwas machen. Das heißt, ich bin erst mal wieder in die Druckerei zurück. Ich war voller Elan. Ich habe gedacht, ich könnte die Welt verändern. Das haben wir erlebt, als wir zum ersten Mal Vitamin D hochdosiert eingenommen haben. Meine Frau hatte so einen Effekt, dass sie dann drei Tage lang vor Energie strutzte, weil der Körper unglaublich positiv reagiert hat. Ja, aber nicht nur deswegen. Ich hatte so viele neue Erkenntnisse gewonnen und ich habe gedacht, ich müsste aller Welt davon erzählen. Ja, das hat interessante Konsequenzen. Das macht, glaube ich, jeder durch. Sie kennen das auch. Das ist diese Missionars-Phase. Es gibt einen esoterischen Spruch, antworten nur, wenn du gefragt wirst. So ist es, mache ich heute auch. Nicht immer. Manchmal, wenn es Menschen gibt, wo ich mir Sorgen mache oder die mir sehr am Herzen liegen, dann sage ich auch schon mal mehr. Und dann erleben sie dasselbe, was sie immer erleben, dass die meisten Menschen dann nicht so reagieren, wie man sich das erhofft. Ja, so ist es. Aber der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit muss eben gewollt sein. Das ist es. Ja, ja, natürlich. Ich kann jemandem den Weg weisen, aber gehen muss er Ihnen alleine. So sieht es aus. Ja, und dann... Können Sie das jahreszeitig zuordnen, wann Sie gesagt haben, ich will jetzt Heilpraktikerin werden? Naja, das muss in der Zeit, als ich bei dem Arzt war, bei dem ersten... Ja, ja, das war irgendwie... Sie haben kein Horoskop für das Beantrag. Wenn man jetzt sagt, ich war zwei Jahre und sieben Monate krankgeschrieben, das sind ja fast drei Jahre, wenn wir das jetzt mal nachrechnen, 94, 95, 96, 97. 97 haben Sie gesagt, ich mache zweitfakt. Und da bin ich zur Arbeit gegangen nochmal wieder und da muss ich also richtig fest den Entschluss gefasst haben, weil da bin ich ja wieder zur Druckerei zurück und habe dann irgendwie gemerkt, nee, das passt nicht mehr. Ich habe gedacht, ich bin auf einem anderen Stern irgendwie. Es ging einfach nicht mehr. Diese Menschen, die waren so eigenartig. Und ich konnte mit dieser Oberflächlichkeit einfach nichts mehr anfangen. Das hat mich verrückt gemacht. Ich bin da wieder etwas kranker geworden, auch durch die Gifte, die da waren, weil ich hatte immer noch nicht die Entgiftungskapazität. Dann mein damaliger Chef, der hat mir dann den medizinischen Dienst auf den Hals gehetzt, weil ich immer wieder krank wurde, immer wieder mal. Dann bin ich zu diesem medizinischen Dienst hin und ich habe wirklich unendliches Glück gehabt. Ich bin da rein, ich habe der Dame dieser Ärztin, wieder eine Ärztin. Also ich habe gar nicht so viele schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Diese Ärztin, die hat mich alles gefragt. Ich habe ihr das alles erzählt und dann hat sie gesagt, ja, ihr Chef, der hat sie hierher geschickt. Ich sollte das überprüfen, ob sie arbeitsfähig sind oder ob sie simulant sind und so weiter. Aber wenn ich das jetzt so höre, sagt sie, sie dürfen in der Druckerei gar nicht arbeiten mit den ganzen Giften. So wird das schon aus. Ich sage, geben Sie mir das schriftlich? Ja, das kann ich machen, kein Problem. Ich sage auch fürs Arbeitsamt, ja, ja, da kriegen Sie keine Sperre, wenn Sie jetzt da, Sie müssen da raus. Dann hat die mir das wirklich auch sofort fertig gemacht. Ich bin damit zum Arbeitsamt, habe denen das hingelegt, habe gesagt, ich fahre jetzt gleich in die Firma und kündige. Das können Sie sich nicht vorstellen. Das war ein Gefühl, wie wenn man ein paar Millionen im Lotto gewonnen hat und man geht jetzt zum Chef und sagt, wie jetzt, du wolltest mich anschwärzen? Ist nach hinten losgegangen. Das war alles an dem Tag. Ich bin zum Arbeitsamt gegangen, habe denen das gesagt, nein, natürlich kriegen Sie keine Sperre, Sie sind ja krank, Sie dürfen da gar nicht arbeiten. So, habe ich alles schriftlich gehabt, bin dann mit diesem ganzen Plumperquatsch zum Chef, der stand unten in der Halle. Ich bin da hin und habe zu ihm gesagt, deine Gifte muss ich nicht mehr ertragen. Genau. Ich kündige hiermit fristlos. Ich bin damit raus und ich komme ab jetzt auch nie wieder. Der guckte mich an, dem ist die Kinnlade bis auf die Erde gefallen. Ich habe mir einen gegrinst, habe mich noch von allen verabschiedet und habe gesagt, tschüss und das war es. Ich hatte, das muss man dazu sagen, ich hatte keine Alternative. Ich würde das heute als Gottvertrauen bezeichnen, was ich damals hatte. Weil ich wusste, das ist es nicht mehr. Ich wusste aber auch nicht so ganz genau. Sie kennen die Stufen von Hermann Hesse? Aber das ist mein Lieblingsgedicht. Wenn sich das eine für das liest. Das ist eins meiner Lieblingsgedichte. Das ist auch eins der Lieblingsgedichte von meinem Arzt, wo ich damals war. Ah ja, okay. Und ich habe das, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich das wirklich verinnerlicht. Ich muss es auch nochmal komplett auswendig lernen, weil es das wirklich wert ist, das auswendig zu lernen. Also wer das mal nachlesen möchte aus dem Glasperlenspiel, Hermann Hesse's Stufen. Ja. Wer das beherzigt, glaube ich, kann glücklich werden in seinem Leben. Das sicherlich. Wer immer offen ist für Neues. Ja. Und wenn du dich das eine Fenster schließt, öffnet sich immer ein Neues. Immer ein Neues. Und das ist das, was ich Gottvertrauen nenne mittlerweile. Ich kann aus solchen Situationen einfach herausgehen, weil ich weiß, dass da was Neues, Gutes, Besseres auf mich wartet. Weil diese Phase war für mich zu Ende. Aber jetzt findet man ja nicht so schnell den neuen Entwurf. Wie haben Sie denn geträumt? Hat man Ihnen was zugeflüstert? Sind Sie was begegnet, dass Sie jetzt das Mortalpraktiker entdecken? Das könnte ich machen. Ja, es gab dann ja schon, es ging ja schon so ein bisschen los mit Internet. So doll war das ja zu der Zeit eigentlich noch nicht so. Das war sehr früh. Das war sehr früh. Da sind Sie aber eine ganz frühe, da sind Sie so ein Endro-Breitpark-Typ. Ja. Ganz frühe Internet-Dratsch-Report. Das war noch ganz teuer. Also als man da dann reinging, das war ja mit diesem Ding da. Ja, ja, mit dem Modem. Mit dem Modem. Und man musste technisch auch ganz gut drauf sein. Ja, ich hatte einen guten Freund, der hat die Dinger auch auseinandergebaut und zusammengebaut und so. Und bei dem habe ich viel Zeit verbracht. Der hat mir das beigebracht. Da bin ich auch immer beigeblieben. Also ich bin eigentlich technisch immer so da auf dem neuesten Stand geblieben. Man muss da immer dranbleiben. Und was haben Sie da jetzt eingegeben zum Suchen? Ich glaube, da gab es überhaupt schon Suchmaschinen. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Man hatte eigentlich, und das sieht man in meinem Buch auch noch, man hatte eigentlich immer so vorgefertigte Links, die man irgendwie mal so eingegeben hat. Ja, okay. So doll mit Suchmaschinen war das eigentlich. Aber woran haben Sie gesucht? Das kann ich Ihnen gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich, also die Heilpraktikerschule, damit habe ich angefangen, die habe ich im Telefonbuch noch ganz normal gesucht. Also Sie haben das Wort Heilpraktiker schon irgendwie als Ziel gesehen? Ja, das habe ich da schon gesehen. Und dann haben Sie den Markt abgeklappert. Wo sind Sie gelandet? Bei welcher Ausbildungsstätte? Freie Heilpraktikerschule in Bremen-Kirch-Hochding. Eine sehr gute Schule. Wie lange ging die Ausbildung? Drei Jahre. Ich bin da zügig durchmarschiert. Und Sie haben die Staatsprüfung bei der Kommission, dass Sie keine Gefährdung für die Volksgesundheit darstellen, absolviert? Ja. Nach dem alten Nazi-Heilpraktikerrecht, das das Bundesverwaltungsgericht uminterpretiert hat in einer juristisch-höchstfragwürdigen Weise. Man hätte dieses Gesetz als verfassungswidrig verwerfen müssen. Und dann hätte jeder therapieren dürfen, der es kann und nicht der irgendeine Schule besucht. Ja. Aber Sie sind ja trotzdem aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrung und aufgrund des intensiven Studiums dann zugelassene Heilpraktiker geworden. Aber wie kommt man jetzt von dem nördlichen Zipfel nach Hannover? Tja. Also das ist eigentlich, ja, ich hatte in Bremer-Vöhrle, Bevern bei Bremer-Vöhrle, das ist so ein kleines Dorf, also ein Ortsteil von Bremer-Vöhrle, hatte ich eine Praxis und zur Eröffnung der Praxis war dieser Arzt von damals auch da. Der Lüneburger. Ja, der hat auch Vorträge für mich gehalten. Den Keimsaat, ich muss noch kurz unterbrechen. Ich muss mich für die Störung entschuldigen. Also Sie sitzen in Ihrer neuen Praxis, haben Einweihungsfeier, aber das ist nicht in Hannover. Wie geht es jetzt weiter? Doch, das ist in Hannover. Die Einweihung? Achso, nee, die ist nicht in Hannover. Nein, nein. Da kommt der Lüneburger und dann nach Bremer-Vöhrle, in Nilsdorf. Ja, genau. Nach Bremer-Vöhrle dann. Wir haben Vorträge zusammengestaltet. Ich habe auch sehr viel mit ihm zusammengearbeitet. Ich bin auf seinen Vorträgen mitgelaufen. Ich habe seine Literatur mitverkauft und so weiter. Ich stand natürlich hinter dem, was er gesagt hat. Ja. Zu 100 Prozent. Und das tue ich auch heute noch. Ein synergistisches Team. Ja, genau. Also ich habe ihn sehr, sehr geschätzt immer. Das tue ich auch heute noch. Ja. Habe dann also acht Jahre lang eine gut gehende Praxis da gehabt. Dann wurde es 2005, es kam der Börsencrash. Da ging es mit los. Es wurde etwas weniger in der Praxis, wo man merkte, okay, irgendwie, ja, die viele haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Keiner wusste, was passiert. Es wurde wirklich wenig in der Zeit. Und ich habe dann nochmal einmal versucht in Bremerförde dann mit einem Bioladen zusammen mit Bedarf für Allergiker und so weiter nochmal einen Laden zu eröffnen mit angegliederter Praxis. Das habe ich ein Jahr betrieben. Und da begann schon das Kleinstadtsterben. Es hat mich Unmengen an Geld gekostet, diese Geschichte. Es hat mich in den Ruin getrieben, dieser ganze Kram. Ich musste Insolvenz anmelden dann und habe für mich gesagt, okay, ich muss hier raus, ich muss hier weg und ich will hier und kann auch hier nicht mehr arbeiten. Ich habe also einen dermaßen Ladenkoller gekriegt in der Zeit, weil es wirklich, also sowas von tot ist, es ergeben. Musst du die sieben Jahre absolvieren bei der Privatinsolvenz? Ja, das muss man dann. Genau, es hat sich natürlich auch durch die Behandlungskosten und so weiter, es hat sich einiges aufsummiert. Das ist natürlich, das spielt da alles mit rein. Ich glaube, ich kenne keinen chronisch Kranken, der in Deutschland nicht Probleme hat mit solchen Dingen, weil man muss ja alle selber bezahlen. Die Krankenkasse bezahlt ja so gut wie überhaupt gar nichts und was sie bezahlt, bringt nichts. Meine Zwischenfrage, wir sind ja jetzt schon in Ihrer Heilpraktikerzeit. haben Sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich von Pauling was gehört? Von Hoffa, von Kaskar, von Klenner, von Levy? Sagen diese Namen? Levy, Pauling, ja. Damals schon. Ja, ja. Aber Sie haben zu diesem Zeitpunkt noch nie Kaskar-Methoden oder Pauling-Methoden, 18 Gramm pro Tag Vitamins, die haben Sie nie gemacht? Habe ich selber nie gemacht. Doch, ich habe einige Infusionen habe ich bekommen. Aber Sie haben diese Strategie von Pauling und die dann auch Levy weitermacht und die Androsol vertritt, dass man so eine Art Grundversorgung damit überhaupt die Basis gelegt ist für Heilprozesse, dass man eine massive Vitamin C Präventionsversorgung von 16 bis 18 Gramm jeden Tag, haben Sie nie gemacht? Ich habe, nee, so in der Art nicht. Nein, genau. Es hat mich nur interessiert, weil es ja, wir machen ja eine Sendung über Einzelpersonen und das ist ja heute Ihre Geschichte und Sie haben also dann Ich habe Hochdosis-Infusionen bekommen. Was letztendlich da alles genau drin war, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das war in der Schweiz damals, weil der Arzt damals in die Schweiz ging für sechs Jahre und ich habe da fast täglich Infusionen bekommen, Hochdosis. Haben Sie eigentlich, als Sie dann ohne diese ärztliche Unterstützung das für sich selber gemacht haben, bei Vitamin D was gemacht? Wie viel Vitamin D haben Sie da immer genommen? Vitamin D, ja. Also ich habe dann so 20.000 Einheiten pro Tag. Pro Tag, das mache ich auch. Ja, jeden Tag 20.000 Einheiten. Und haben Sie Vitamin K2 kennengelernt in der Zeit? Später erst. Erst später? Ja, ja. Das kam erst eine ganze Zeit lang später. Ich habe mich natürlich schon vor vielen Jahren mit Dr. Runo auseinandergesetzt, mit seinen Büchern, mit dem, was er gemacht hat. Wieder ein Arzt. Also wir kommen immer wieder. Die angelsächsische Szene war nicht so ihr Ding. Und auch die holländische Szene, also K2 ist hier Holland und Japan. Bei Osteoporose gehen die Japaner 45 Milligramm K4, in K4. Das ist ja hier gar nicht bekannt. Als ich damals die Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe, da habe ich eine Zusatzausbildung in der Amara-Schule gemacht, mit der ich heute auch sehr eng zusammenarbeite. Die ist hier in Hannover. Die ist hier in Hannover. Das war so die erste Heilpraktika-Schule beziehungsweise auch Kette, die noch vor der Paracelsus, soweit ich weiß, da war und auch als einzige wirklich für die Heilpraktika-Überprüfung nicht nur relevante Sachen geschult haben, sondern eben auch Naturheilkundliche. Das war damals nicht gang und gäbe. Und ich bin auch in der damaligen Lehrpraxis der Amara-Heilpraktika-Schulen jetzt tätig. Arbeite mit den beiden Gründern da zusammen. Ich bin auch mit denen so befreundet. Ich kenne sie sehr gut. Da habe ich eine Zusatzausbildung gemacht vor vielen Jahren. Von Bremer Förde aus? Ja, da bin ich von Bremer Förde aus nach Hamburg gefahren und habe da von der Firma Pasco dann eben diese Hochdosis-Vitamin-C-Seminar da mitgemacht. Ich kenne Pasco gut, habe mit denen auch Kontakt. Pasco ist eine deutsche Hochdosisburg. Die Ampullen, die sie zugelassen haben, haben 7,5 Gramm. Ja, aber mehr ist das nicht. Aber in der Krebstherapie hat man da auch schon gepredigt, dass man da mit 30, 40 Gramm arbeitet. Wenn Sie in Ihre Ordenklinik nach Amerika gehen, fangen die bei 100 Gramm an. Also wir haben den großen Abstand, Cascard, Klenner, das sind Großmeister, das sind Giganten und der Cascard und der Cascard hat 25.000 Patienten mit Vitamin C bearbeitet und die Dosis, ich spreche ab und zu mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin von Pasco darüber am Telefon, das ist nicht Pasco's Linie. Pasco findet das schon toll, wenn jemand 30 Gramm in von dir, das finden die toll, das finden die extrem gut und 50 auch. Wenn ich der dann sage, ja wie ist es mit 400 Gramm bei Ebola, dann fällt die tot um. Die kann sich nicht vorstellen, dass man Ebola-Virus mit 400 bis 500 Gramm pro Tag in den Griff kriegt, weil die das halt nicht machen. Pasco ist so ein Thema, da können wir andermal drüber reden. Wir sind jetzt bei Ihrer Geschichte. Naja, man muss sagen, da war ich noch nicht mal praktisch drin, als ich das gemacht habe. Und sind aber jetzt nach dem Konkurs in Bremer Förde irgendwann auf die Idee gekommen, woanders? Ja. Wie kam das? Wollte neu anfangen. Wer hat Ihnen den Impuls gegeben, da kann man nach Berlin gehen? Großstadt, Frankfurt, München, Köln, wer geht denn freilig nach Hannover? Ich. Man muss sagen, ich habe hier also ganz klein wieder angefangen. Aber wie kam das? Wie kam der Impuls Hannover? Ich wollte eigentlich nach Hamburg. Das klingt Großstadt. Ja. Ich wollte nach Hamburg und wollte ganz klein wieder anfangen. Ich musste ja irgendwie, ich musste ja ein Einkommen haben. Ich musste ja ein Einkommen arbeiten. Waren Sie noch verheiratet? Ja, ja. Sind Sie heute in dem gleichen Land? Bin ich immer noch, ja. Der ist mitgegangen? Nein, der ist noch da. Sie haben eine Fernbeziehung? Ja, genau. Naja, insofern nicht ist das nicht, das geht noch, aber es ist schon anstrengend. Also ich bin dann nach Hamburg, wollte nach Hamburg, ich hatte eine Bewerbung geschrieben, ich musste ja ein Einkommen nachweisen. Ja. Das heißt, ich wollte wenigstens halbwegs in meinem Bereich bleiben und habe mich bei Denre beworben, in Dens Biomarkt. Ja. Und sollte eigentlich nach Hamburg. Und diese Bewerbung ist auf eigenartige Art und Weise irgendwie bei einem Bezirksleiter von Hannover gelandet. weil der gesagt hat, Hamburg hat genug Leute, ich brauche welche in Hannover. Und zwar sollten Sie bei Dens diese Biomarktkette als was arbeiten? Es wurde mir erst gesagt als Marktleiterin, aber das hat sich nachher zerschlagen. Irgendwie haben die dann dann, haben sie dann gesagt, auch wenn ich einen Laden geleitet habe, also das würde denen nicht reichen. Das, was ich vorher gemacht habe, ich hätte noch zu wenig Erfahrung und dann müsste ich erst mal klein anfangen da und könnte mich dann als Marktleiterin hocharbeiten, wobei ich da nicht unbedingt die Ambitionen hatte, da ewig zu bleiben. Sie sollten also Verkäuferin sein. Ja, ja, genau. Und dann auch beratend tätig sein. Ich hatte ja Hanno von dem Bereich und da ich auch im Bioladen hatte. Sie unterscheiden sich von manchen Mitarbeitern des Dens Bioladens, den wir in Großbruch will oder eher in Hannover kennen, dadurch, dass sie wissen, welche Produkte sie verkaufen. So ist es. Denn es gibt bei Dens auch Leute, die gar keine hat. Also wenn ich am Brottresen von Dens frage, ob sie Vollwertbrötchen haben, dann weiß die nicht, was das ist. Sie weiß, sie weiß, sie kennen auch, sie weiß nicht, dass Brötchen auch Auszugsmehlbrötchen sein können, wenn sie bei Dens verkauft werden. Das wissen die nicht. Nee, nee, das wissen die nicht. Also insofern. Sie wollten das also nicht lange machen? Wie lange waren Sie bei Dens? Ein Jahr. Also ich habe exakt den Vertrag erfüllt. Ich hatte einen Jahresvertrag und genau den habe ich exakt erfüllt und ich habe, weil ich natürlich mental auch schon anders unterwegs war, hatte ich für mich den Entschluss gefasst, dass ich exakt nach einem Jahr da weg sein werde. Ich wusste zwar noch nicht, wo ich dann bin, aber ich wusste, da werde ich nicht mehr sein, weil es auch von der Arbeit her nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Überhaupt gar nicht. Ich musste nur eben das Einkommen nachweisen und das habe ich damit getan. Für diese Insolvenzseite. Genau, das war es einfach nur und dann habe ich... Sie mussten Ihren guten Willen zeigen, dass Sie arbeitstätig sein wollen, um Ihre Schulden abzubezahlen. Ja, so sieht es aus. Und dann habe ich natürlich mich viel mit Menschen beschäftigt, die da kamen, die da ein- und ausgingen und das waren natürlich auch Menschen, die auch in dem Bereich unterwegs waren, wo ich auch wieder hin wollte und habe also langsam von innen heraus, wieder aus diesem System heraus, mir wieder was aufgebaut, habe Kontakte geknüpft. Ein Netzwerk. Ein Netzwerk, genau. Und habe das alles wieder von unten heraus aufgebaut und ich habe dann ungefähr sechs Wochen, bevor mein Vertrag ausgelaufen war, habe ich schon meinen Spind ausgeräumt, weil ich wusste, ich werde irgendwo anders sein. Und durch Zufall kam ich dann auch in ein Geschäft, ich hatte da... Ich hatte nur eine Bewerbung geschrieben. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, habe gedacht, das muss ja einen Grund haben, warum ich hier in der Nähe wohne. Ich habe gedacht, da schreibst du mal eine Bewerbung hin. Das ist eigentlich exakt das, was ich mir immer so vorgestellt habe, habe dieses Geschäft. Die haben sich mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten beschäftigt, mit Darmaufbau. Sprechen Sie jetzt von einer Therapeutenpraxis? Nein, das war ein Restaurant. Ich möchte den Namen jetzt gar nicht sagen. Und die eben, die auch orthomolekularmedizinisch unterwegs waren und die eben auch Nahrungsergänzungsmittel vertrieben haben. Und da konnte ich im Produktmanagement anfangen. Ein Restaurant? Ein Restaurant in Hannover, ja. So was gibt es? Mittlerweile nicht mehr. Ah, okay. Also ein Restaurant, das so ein kleines Zimmerchen hatte, wo auch Nahrungsergänzungsmittel verkauft wurden. Das lief alles übers Büro und es wurde sehr viel auch nach Österreich vertrieben und so. Und da ging es um Kolloide, da ging es um Bitterstoffe und so. So, und da habe ich im Produktmanagement gearbeitet. Bei Carols und Koffees gibt es wenigstens so ein Bitterpulver. Okay. Und dann sind Sie aber da nicht lange geblieben. Genau. Da bin ich dann auch exakt nach einem Jahr wieder raus. Ich hatte eine ganze Menge Leute kennengelernt, auch über die Arbeit da, weil ich natürlich sehr viel Kontakt dann hatte zu Heilpraktikern, weil ich das an die weiterverkaufen sollte. Das war natürlich perfekt. Jetzt sind du auf der Zielgeraden. Ich war auf der Zielgeraden schon. Ich habe also sämtliche Kollegen am Tisch gehabt. Ich habe da mit denen gegessen, habe mit denen gesprochen. Also das war das, was ich da so zu tun hatte und habe mit denen also unser Sortiment durchgesprochen und habe sehr viele Leute da kennengelernt und unter anderem eben auch die Kollegin, mit der ich heute auch noch da zusammen arbeite in der Naturheilpraxis-List. Ich bin mit Frau Anne Witt und Dr. Georg Klaus in einer Praxis. Der Doktor von Herrn Klaus ist was für einer? Ein Phil. Ein Dr. Phil. Wissen Sie noch in welcher Fakultät? Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Denn Philosophie wird also Soweit ich weiß, ist das sogar Gründungsmitglied der Skorpions gewesen. Ah, okay. Aber Sie können Philosophie, also den Dr. Phil kriegen Sie also in der Religionswissenschaft genauso wie in der Soziologie. Also es gibt sehr viele Also er ist ja psychologisch sehr viel unterwegs. Also hat er Psychologie studiert? Soweit ich weiß, ja. Aber da sollten Sie vielleicht selber nachfragen, dass er wäre Also auf meiner Webseite www.alexanietfeld.de da findet man ein Gespräch zwischen Dr. Georg Klaus und mir über ganzheitliches Denken. Da kann man uns beide sehen. Nochmal die Homepage zu mitschreiben? www.alexanietfeld.de Da gibt es das Gespräch. Und wer hat jetzt den Wer hat gesagt, die Frau Witt oder haben Sie Hat die Frau Witt gesagt, kommen Sie doch zu uns oder kann ich bei Ihnen arbeiten? Wie war das? Wir haben uns unterhalten und ich wollte da weg, weil es da Unstimmigkeiten gab. Ich lasse mir ja auch nicht wirklich was gefallen. Und dann Ach, haben wir denn so gesprochen. Mensch, kommst einfach zu uns, sagt Praxis. Also Sie war der Impuls. Ja, irgendwie ja. Ich hatte was gesucht und das ist die Praxis am Listerplatz. Nee, das ist nicht Listerplatz, das ist Roste Straße 14. Roste Straße 14. Arbeiten Sie jetzt wie groß ist die Praxis? 200 Quadratmeter. Da sind wir mit mehreren Therapeuten. Da bin ich jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre, meine ich. Und Sie sind also jetzt angekommen in Hannover, um das, was Sie gelernt haben, was Sie selbst erfahren haben, umzusetzen. Und liebe Hörer und Hörer, wenn Sie also in der Nähe sind von Hannover, ist das sicher eine gute Idee, das auszuprobieren. Und wenn Sie in Stuttgart wohnen und sehr krank sind, ist es vielleicht noch eine bessere Idee. Wie weit kommen Ihre Patienten? Oh, die kommen mittlerweile von sehr weit her. Also ich habe jetzt diese Woche aktuell eine Dame aus Kassel, das geht noch. Ich hatte diese Woche auch schon eine aus Flensburg. Sie machen es dem Doktor in Lüneburg nach. Sie werden berühmt. Aber ich habe natürlich auch, also er hat einen guten Grundstein bei mir gelegt dafür. Also ich habe sehr, sehr viel von seinem Denken übernommen. Und Sie sind eine richtig ganzheitlich aufgestellte Therapeutin, die nicht einseitig irgendwas macht, sondern das gesamte Spektrum des Menschen anguckt. Aber eins haben wir noch vergessen. Ich habe heute Morgen, also gerade bei einer Patientin, die eben von weiter weg kam, das geregelt, weil ich ein großes Therapeutennetzwerk habe. Von Ärzten. Ist so. Ich habe heute Morgen dann mal eben einen Termin festgemacht für ein Röntgenbild bei einem, bei unseren Orthopäden, mit dem ich zusammenarbeite. Und für den morgigen Tag einen Zahnarzttermin, der ganz wichtig ist, um eine CND zu therapieren, weil er dann ein einzigartiges Verfahren entwickelt hat, um eine CND aufzulösen. CND, CND, kraniumandibuläre Dysfunktion. Und da, ich arbeite sehr, sehr viel, also richtig komplett ganzheitlich. Das heißt, ich kann nicht alles machen. Ich schiebe keinen riesen Bauladen von her. Sie geben nicht jedem erstmal 18 Gramm Vitamin C und kommen in einem Tag wieder und gucken mal, ob du noch krank bist. So ist es. Sie machen das anders. Ich habe bei diesem Arzt gelernt, ich muss einen Patienten von Kopf bis Fuß untersuchen. Die ziehen sich bei mir bis auf die Unterhose aus. Ich gucke mir wirklich alles an und es wird auch alles notiert und dann mache ich einen Plan und gucke, wo derjenige noch hin muss. Weil es muss auch manchmal ein Röntgenbild sein, es muss auch manchmal ein CT sein und es muss auch ein Zahnarzt sein oder es müssen auch mal Einlagen her. Ja, aber das entscheide ich dann und ich sehe mich dann auch als Leiterin, als Gesundheitscoach. André Saul nennt das Impressario. Mhm. Auch schön. Es gibt einen neuen Film, den gibt es zur Zeit auch kostenlos bei YouTube. The Vitamin Movie mit slowakischen Untertiteln. Normal ist das eine verkaufte DVD. Das ist eine echte Raubkopie, aber zur Zeit heute, gestern haben wir den noch bei YouTube geguckt. The Vitamin Movie mit André Saul als Hochmatador und da kommt diese Stelle vor, wie er als Impressario sich versteht. Aber eine Sache müssen wir zum Schluss noch klären. Wie sind Sie in die Schiene gekommen, dass Sie mit Fußball anzutun kriegen? Wie kam das? Ja, das ist, eigentlich ist es eine traurige Geschichte. Ich habe jemanden behandelt, der an unserem örtlichen bekannten Fußballverein tätig ist. Jetzt in Bremer, hier in Hannover. Und der hat zu mir gesagt, also es gibt da einen Fußballer, der, das ist wirklich eine Riesenhoffnung für uns und der schafft das mal wirklich in die erste Mannschaft nach oben. Aber dem geht es nicht gut. Der ist ganz krank. Und ich sollte mich daran mal versuchen. Und ich habe das versucht und habe mit einer Methode, die ich in der Schweiz erlernt habe, das ist noch eine extra Geschichte, können Sie aber im Buch nachlesen. Da habe ich versucht, den wieder auf die Füße zu kriegen. Er hatte also ganz schwere Rückenschmerzen und das schon in jungen Jahren. Er war noch in der U19 und ich habe versucht, ihn wieder fit zu bekommen und habe den ein- bis zweimal wöchentlich behandelt. Er sagte hinterher zu mir, das müssen so sieben Wochen gewesen sein. Da hatte ich den wieder so weit fit, dass er wieder Fußball spielen konnte. Obwohl der Arzt gesagt hat zu ihm, also mit dem Rücken sollte er das wirklich an den Nagel hängen und das vergessen. Und es war dann so, dass er wirklich dann durch meine Behandlung dazu fähig war und hat einen Profi-Vertrag und hat einen Profi-Vertrag dann unterschrieben hier in Hannover bei Hannover 96. Ich habe ihn wieder fit bekommen. Die Rückenprobleme waren natürlich noch sichtbar, aber für ihn nicht spürbar. Und er konnte ganz normal trainieren, er konnte ganz normal spielen und ich war immer für ihn da. Ich war seine Lebensversicherung, wenn irgendwas gewesen wäre. Beim kleinsten Zucken hat er mich natürlich angeschrieben. Wie hat denn der für die Mannschaft zuständige Mannschaftsarzt darauf reagiert? Also wir haben da, also da ich da im Nachwuchs bin, haben wir da nicht so die Probleme. Also da gibt es sowas nicht bei uns. Und war das dann Ihr einziger Fußballer, den Sie bei Hannover 96 betreut haben oder hat das dann ausgestreut? Das hat dann ausgestreut. Ich habe jetzt mittlerweile da einen kleinen Vertrag und arbeite da auch. Also Sie haben jetzt so eine richtige Betreuungsfunktion? Habe ich da, genau. Wollen wir nicht vertiefen, fand ich nur spannend. Ich denke, wir haben es für heute gut abgeschritten. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Liebe Hörer, Herr und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.